Wieso? Ich will, du bist jetzt gerade bei ich. Das ist alles. Warte, er ist gerade bei dich. Wurz, der siebte hat dich schon. Ja, ich will, der hat ja, das hat von einem Cabin, das nehme ich, äh, Willow. Warte, wie du es glaubst. Simon, ob den da rein schießt. Fuck! Jetzt kommen wir hier hinten, verdammt! Ja, Mann! Es ist ja keine Tonk-filter. Ist ja auch immer, versuchen sie, sie bemerkte. Oh, wie, öh, öh. Uuuu! Ey, Mann, wies, du, du mein Gott in das. Nu, der, der, der. Also, ich weiß du, ob nicht immer, ich bin ich auch auf dem armen, aber... Ja, ja. Wir würden uns jetzt auch bei Seiteninsen sehen, so wie wenn ein Viech segnet, dass du den U-Grauffer, dass du dich spannt, dass die U-Grauffer sind, dann geht es einfach auf die Zürde, oder? Seiteninsen hat es aber keine K.I. Wollt ihr einen Setzu irgendwie aufmachen? Nein, er will das nicht aufmachen, deswegen rede ich auch nicht mehr mit Seiteninsen zu tun. Oder sagen wir mal so, äh... Ja, keine K.I. Eigentlich sagt man es jetzt so, dass die Fächer einfach simulieren, oder bis sie Attacken machen, und die sind jetzt so, er reagiert oder was? Nein. Ja, wie lange ich es meine? Da ist er bloß Nutzgenieße. Nutzgenieße. Dich. Was heißt da voll die Nutzgenieße? Nutzgenieße ist toll. Den Niesen. Heilig Policy. grew up Ostern tid believer Was heißt das? In diesem In diesem Ja, im 하a Aber dann nehm ich dich nicht mit. Das ist ja der Soziale. Das ist ja der Soziale. Wegkommen in den Saum. Ich hab's gemacht. Ich will die Wegkommen. Oder ich will die Wegkommen. Schau nicht alleine. Schau nicht alleine. Ja, oder auch nicht, weißt du schon? Ich hab auch nicht gehabt. Der Bögel steht zur Sau. Du hast gar nicht mal die Möglichkeit. Das ist richtig weg, du. Ich hoffe jetzt Glück, die. Das Zeugermaßen hätte ich mir jetzt direkt in die Gesichter bekommen. Verdammt. Superschön. Super. Ich bin ehrlich, wenn ich nicht möchte. Ich will einfach nicht. Ich bin mit Finicorn fight. Das ist mein Problem. Ich kann nicht mal gucken. Das stimmt. Ich muss mich nicht vergleichen. Hallo. Oh, steck. Boop. 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 Ja, dann steht da unten oben und mückt um. Call of Camper, so wie das. Das ist auch dein Landwerk von mir. Richtig. Wuh! Na ja, ist denn nun mal das auch da? Wow, da hat er regnet! Was machen wir denn? Das geht nicht auf. Da gibt es nur eine Null-Anschau auf dem Möp. Da ist der in dem Möp hin. Dann geht es nur noch mit. Da steht nicht übereinander. Der Blutp ist noch kasih über battery zu fügen. Na, als heut und wie er es. Wir sind einfach ... Was ist das, was ich meine? Ja. Äh, du warst jetzt meine, oder? Wir haben dich aufgeräumt. Ja, ich hab da irgendwann eine Eroge. Zumal, du willst mich da wissen. Das ist der Eroge. Kein Distanz. Simon says... Geh, jetzt mach ich wieder! Ja, Dante! Nein! Oh! Nein! Warum ist das, fuck? Wir sind halt alles bei dir da warten, wenn wir das noch... Ja, danke, danke, danke. Nein, das ist ja gar nicht mehr. Ja? Ja, da... Danke! Danke! Nein! 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 Ja! Da braucht man ja was! Du bist das! Ja, ich hätte auch gedacht, das wäre einiges mal angekommen. Das ist Grusch! Nein. Das gibt es ja nicht, ich habe auch mal die Spawner schlimme Angriffe. Das ist ja der erste Mal die Spawner. Der kleine Sau! Ja, das gibt es echt nicht mehr. Da! Das gibt es nicht, das gibt es nicht! Oh nein! Jetzt gehen wir langsam wieder auf. Jetzt legt es mich schon wieder auf der Spawner. So weitest du schon bitte? Ich will nicht mehr spülen. Sure. Jetzt will ich nicht mehr das spülen. Doch, nur das. Nur das. Das alles ist langer eigentlich. Zum Beispiel Klonk. Ah, das gibt es doch nicht! Oh nein! Oh nein! Der Ohr mich. Ich habe nicht gerade meinen abgenommen. Ja, ich weiß es ja. Deswegen habe ich es ja gemacht. Das ist einfach nicht verflogen. Ja. Ja, der andere wieder ein Ding. Der Scheißdinger da! Der Ringgab! Ja! Ja! So, Kuhn! Der Ringgab! Oh nein! Nein! Ich weiß nicht... No, das ist jetzt... So, Schuch, dich... Ah, da kommt es schon wieder! Blühe, Finger du! Dann soll doch nichts mit Silber! Was ist denn da Finger zu, du? Wollt ihr, jede... Jede... Jede schönste Morte wird jetzt an Tost hingen, wenn ich bin, wenn die sind kaputt. Fuck! Jeder der hat an Tost hingen, wenn ich... Nein, 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 lass dich suchen, Ruhe! Ja, weil wir die alle kniehen haben! Nein! Hast du die auch gehabt gehabt, Käpple? Nein! Keine Nummer! Sorry, du willst ja nicht jagen! Das ist ja gar nicht der! Das ist der Sniper-Loop! Das brauchst du, Loop! Du hast jetzt blind geschossen, oder? Ja, einfach mal kurz! Du hast doch blind geschossen, oder? Es mag zwar besser bezahlen, aber er ist bescheißen nicht! Und jetzt hab ich auch voll, oder? Ja! Du wusstest doch mal, wer war! Ja, na! Fuck! Ich bin jetzt sowieso nervös! Ich glaub, das liegt dann gleich! Nein! Richtig! Ja! Ich bin doch in Rapsgelein sexuell anziehend! Muss ich! Du findest mich nicht sexuell anziehend? Nein, ich bin doch bei einer sexuell anziehend! Warum nicht? Weil ich den Dreck hatte, alter Därtige! Achso! Ja, du... Biss ja... Söp! Ich hab keine Darmzeit! Ich hab nur mit der Schneider und der Müller im Rapsitz recht! Hey, da kommt nur einer! Ja, nur einer! Ja, nur einer! Ja, dann kann ich da, oder? Waaah! Doppelabschuss! 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 Sagen wir mal! Ja, genau! Das soll er! Ey, Scheiße! Wie, Dreck! Ja! Ja! Wir müssen ein Stück! Ich will nur mit einem Stück! Ein halbes Stück zu mir! Nein! Ich hab nur mit einem Stück zu mir! Nein! Ich hab nur mit einem Stück zu mir! Ich hab ja, ich sitze eigentlich fast zu sein und schlösen noch umeinander, oder nein? Ja, nein! Wo siehst du das? Ja, mein Bildschum, eigentlich! Ich hab dich so gut zu mir! Ich hab dich so gut zu mir! Ich bin mir mal! Nein, ich bin mir nicht! Nein! Ich bin mir nicht! Ich bin mir nicht! Boah, da war doch doch! Boi! Gavien! 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 Ich kann eine Granate mal, ich schmeiß ein bisschen Klamaschie, weil sie das so wenig sind. Ach, toll nicht, dann cheatsch das aber. Schöner, du musst dich spielen, aber du kannst auch eine Granate schmeißen. Na, oder mal? Auf Ohr mal. Auf Ohr mal. Die Hell-Revent. Die Hell-Revent. Das ist eine halbe Atomraketen wahrscheinlich. Das können wir mal spielen. Heute kann man so richtig schön übelst du Granaten als der Assisiers schätzen. Wie lange kennst du denn das schon? Wie lange kommen wir noch schon zu dir? Wie oft haben wir gesagt, wir wollen die Lekorten nicht spielen. Den drüben habe ich nur noch mal kennengelernt. Hhhhhh. Hhhhhh. Wirst du nur ausziehen? Unserverteid, Obe. Das jetzt kann man nicht spielen. Nein, jetzt hat man nur einen Zug dazu gespielt.